alles klar Reiner stein ja komm stein pass auf ich hol mir meine nächsten Assists meine Assists ich spring da rein er kennt mich dumme Assists in den Kopf oh hinter die Glückschicht ja ich sehe es wir müssen zurück das sind alle, pass auf bitte sich jetzt echt opfern um einen Kill zu bekommen aber was soll ich denn sagen hier stein jawohl Kill kein Assists was ist denn los hier ich dreh durch den kriegen wir komm und wenn es nur ein Assists ist jawohl er haut voll rein jetzt gehts los er hat es hier endlich stein stein alter wie geil grüß deine Mutter vor mir ich bin auch hier hallo aber ich habe habe ich lebensrauf schon ich habe lebensrauf auch noch merkt das nicht ich hätte ja viel mehr in den Kampf gehen können ist ja alles gut ist ja alles gut ist ja alles gut wer blockiert mich da von hinten die ganze Zeit ich will zurücklaufen hinter mir steht zum Fett sagt der so breit ist wie den Schrank und lässt mir nicht vorbei ach ja hier lass deine Pfeile regnen ist mir scheißegal ich habe lebensregeneration ich mag den Typen so mega gerne ich mag den Typen so mega gerne ne da kommt sie gleich an ich scheiß auf deine Pfeile so richtig aggressiv die Runde habe ich auch irgendwie voll die Emotionen am Stall da müssen wir aufpassen denn wir wollen ja nichts unnötiges riskieren Achtung der geht in den Jungle ja habe ich gesehen der kommt aber wieder raus nee nicht drauf gehen Muriel ist da Achtung sollen wir Alter geht drauf Attack ich häng fest wo häng ich denn fest Alter ich häng schon wieder an zwei Minions wollt ihr mich verarschen ich brauch Hilfe oh ja ich hab mir den Kill geholt aber wie soll ich grad nen Nissan fallen wo ihr alle kommen das war so scheiße sorry an dieser Stelle ich hoffe das hat nicht gestört ich konnte da nichts gegen machen ich hab mir einmal beim Nissan den Kopf so heftig am Controller gestoßen weil ich mir den Freund ins Gesicht gehauen ja kann man auch mal machen ja fühlte sich nicht so schön an aber ich wurde den nächsten Tag ausgelacht weil ich so nen X-Platten im Gesicht hatte irgendwie den Abdruck hey geil ist Tattoo was für ein Tattoo ich hab da keine Tattoos das sind alles Muskeln so warte ich ich würd euch gerne mal helfen aber du hast doch schon dein Lebensraum warte mal ich geh mal kurz nach rechts da ist Greystone ich bin Greystone da ist ein gegnerischer Greystone aber ich muss erst mal hier sammeln ja attack mich attack mich attack mich hier im ist mir scheißegal ich bin da ja Junge du kriegst mich hier niemals tot Alter gehen wir zu viel auf den Hof wir sind solche Wichser ja das stimmt komm rauchta er denkt sich auch gerade so was mach ich hier es ist Nummer 14 es ist Nummer 14 ich will es ja nicht sagen ne aber ja komm wir müssen selber zurück schlagen scheiß auf dir es ist habe ich mir auch gerade gedacht hier erstmal steuern so auf die Fresse oh fuck dass du denn Luffy aufpassen wo seid ihr denn kämpft gegen ihn fängt mal auf aber nein ich werde sterben ich werde sterben ich kann nicht jetzt jetzt oh 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 ich halte den Schaden oh danke 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 oh bitte das passt auf ich muss zurück genau aus diesem Grund ist Teamplay so wichtig Leute oh jeder weg Decker so einmal Leben auf bessern und hier äh Karten verbessern ja gut gemacht so ich hab die ganze Zeit versucht einen Minion von uns zu töten warum du hast einfach einen persönlichen Groll gegenüber äh verbündeten Minions ja wahrscheinlich so den kann ich dir noch aufbessern stirb den hab ich auch noch stirb Stein so ich geh mal kurz zurück oh oh Achtung Christi warte mal der hat noch gar keine Ulti gerade drin ne aber da kommt noch einer aber wer allein gewesen ich hätte ihn ziehen können so ich komme zurück in die Mitte würde ich sagen boah ich muss gleich auch wieder niesen glaube ich I'm on the way das ist nicht gut ich finde ihn niesen also ich bin hinter dir ne 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 dann komm ich gleich nach ich bin hinter dir ne ich bin hinter dir gebrauchter ne wo es ist 7 du das ist wenn ich die jetzt zünder dann wo das ist gut bei wenn du jetzt nicht ziehst dann gar nicht ich hol mir Assists wer will denn hier Gegner töten Assists? ja stimmt Assists das ist das einzig wahre du bist die Fist auf Assists das ist ab jetzt mein Spitzname hier du könntest das Video so nennen ey das ist voll die gute Idee ich glaub das mach ich Fist auf Assists das wärst du was hältst du davon wenn wir gleich mal den fetten Pink Minion mal holen und dann holen uns den Ohr, lochen den ein und sagen den Gegner mal das wird gewonnen äh was? ein lochen? ein lochen bin ich dabei oh Muriel kommt auch mit ja warte ich komm zu euch ich glaub wir brauchen ein bisschen Hilfe können wir gut gebrauchen glaube ich warum? warte mal warte mal warte mal warte mal ja muss ich was ist wenn ich mich im Jungle verlaufe? was ist denn was? irgendwas stimmt dann nicht ich hab irgendwie nur ne im Jungle nur ne lebensregeneration verzeugt? du kommst dir in Ruhe den Sammler alter wir brauchen hier deine Hilfe ich dachte wir machen hier jetzt die Hauptkugel wir sind hier doch zu dritt ich hab aber doch noch nicht jetzt ihr seid ja jetzt alle und die Gegner kommen ja dann lass die Gegner kommen pass auf wir machen das jetzt genau wir machen das pass auf Vorsicht der passen auf das hier nicht zu euch kommt der geht, warte mal der geht gar lang steuern ich muss dir ein bisschen aufpassen ich gehe das jetzt am besten an verteidige einfach so passt sich wie du kannst wir machen das gerade ja ich würde den auch alleine ziehen wenn ihr noch gewartet hättet aber wir haben den jetzt zur Hälfte ey ich bin da ey zack so Greystone ist am Start wisst das? Blutschermannschwert komm her der Typ passt voll zu dir Greystone und ASP wer hat den Shit? er hat den Shit eigentlich wäre es besser wenn ich den Shit will jetzt müssen wir ihn mit allem verteidigen was wir haben das wäre jetzt die einzige Ausnahme dass ich für einen sterben würde außer natürlich für dich oooh wie romantisch was macht der da? der ist wirklich romantisch groß der hier einfach rumsteht Junge du musst den Shit deliveren Stein jawohl es ist Nummer 15 es läuft also der läuft doch du läufst falsch Junge so oben läuft eigentlich richtig wir müssen auf die andere Seite pass auf es ist es ist es ist ja Nummer 16 ich hab 11 assist in der Weile ich hab 11 assist in der Weile ich hab die Hinterseite wir sind halt richtig häufig als Team zusammen von daher ist das auch normal dass wir das sind einmal muss ich sagen geile Mates das gibt es so selten ja die sind echt nice oh 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 willst du kuscheln? Lauf weiter, lauf weiter, wir machen das komm komm lass mich kuscheln komm doch raus da Stein Stein ja wer wird jawohl jetzt gehts rund hier hinten die Minions erstmal holen alles klar die kommen dann kriegen wir jetzt den Turin hier er hängt da auch alleine und das ist ja nur so stein Stein oh schade hier rennt alle rein ohne dass wir hier Minions haben weißt du du vor euch ja schlau war das nicht unbedingt so dennoch wir ja wir wegrennt hier he he wie süß Achtung Achtung, 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 wir dürfen uns ja nicht so rein spürzen sonst opfern wir uns nicht umsonst ja ok komm ich gehe in die Mitte da haben wir auch Gäste ich folg dir ich mach mal kurz den Sammler hier dafür muss Zeit sein ja warte ich bin das muss sein also wir können nicht zulassen, den Sammler haben ne und jetzt schnell weg hier denn hinter uns kommen alle vier Gegner außer Greystone oh komm lass hin lass hin, lass her hin, lass her hin wir müssen Greystone auch fallen, der geht hier nämlich durch oder wo ist der Stein so Assist Nummer 17 läuft bei dir ich kämpf gerade gegen Gaze Stone ich mach ihn ich komm so hau alles raus was geht ja er zündet gerade seine Ulti ey was mach ich hier oh oh das wird hart, das wird hart, das wird hart ich komm da von hinten sind da noch viele Gegner 3 er rennt einfach an mir vorbei so den hab ich könnte hier Hilfe gebrauchen gegenüber hier äh Camero Stein Camero Camero ja es ist Nummer 19 ich knack die 20 sorry sorry nein alles gut ich feier das gerade richtig hart das ist so bekloppt ne einfach 0 zu ich stelle ein Weltrekord auf mein skin ist gut ein Weltrekord du willst doch resist strikes again oh ja Nummer 20 gib ich mir ja jawohl so das tut mir so leid nein ich find das voll geil denn ohne Spass mein Deck ist zu ok ich kann da nichts für ne ohne Spass alles gut ich hab da überhaupt nichts gegen ich geh jetzt erstmal zur Base verbessere mich nochmal damit du noch mehr Assists bekommst Prozent ich hab mittlerweile 4154 Leben also wenn ich irgendjemand auf der Straße anspricht du heißt er jetzt so Fist Office ist das ist mein Ghetto und du hörst auch keinen anderen Namen komm ich so in so ein richtiges Ghetto wo haben auch viele Gangster weil kommen so was dein Name Fist Office ist was willst du von mir ja das macht richtig Eindruck selbst wenn jemand erschießen willst bist du nur der der geholfen hat was nehme ich denn hier ich nehme mal so komm wir machen jetzt fertig hä was ist denn nun los ich bin auf dem Weg hä ich hab erwartet mit äh Grace und mein Meister das Kind da brauche ich nicht richtig drauf bin ich jetzt vollkommen geknackt ich hatte gerade 4100 Leben jetzt habe ich 3600 warum fehlen mir auf einmal 500 Leben ich hab gegen 3 alleine gekämpft der ist auch fast gestorben nice ich bin unterwegs leck mir doch die Füße Mann das ist doch nicht normal wieso hab ich denn nicht weiter drauf gehauen ach hier ist gar kein ich dachte heute du bist gut scheiße Mann ich hätte alle 3 besiegen können ich kann mich ja immer noch wieder belegen aber das habe ich vergessen stein ich frage mich was los ist ich hatte gerade 4100 Leben warum habe ich auch jetzt auf jetzt mal jetzt habe ich nur 3600 ich verstehe es nicht stein oh schade check ich auch nicht muss man auch nicht verstehen oder lock sie an lock sie an alter ulti ich dachte er hat sie nicht mehr klubschi halt sie weg ich muss da gleich weg ich mache ja wohl die Nummer 4 das nicht das ich ich werde alles gut ich habe einen Kill gemacht ich habe 4 Kill ich habe 4 Kill ich habe 4 Kill und du stellst dich nie in den Weg ja, ich dachte, das soll so ja, habe ich mir auch so polischt oh man, aber danke, hat geklappt Stein! Oh, schade so, geht mal weg hier scheiß Minions ihr kriegt keine Bandanas wir warten die ja schon ein bisschen was? wir warten die ein bisschen schon wieder ja, so ist das kein Spaß wir verlieren eigentlich so oft, wenn wir zusammen spielen aber wir haben heute mal ein gutes Team und ich muss wirklich jeden einzelnen Spieler aus diesem Team von uns hier sagen dass ich das gerne jedes Mal so hätte also die sind richtig gute Spieler macht so viel mehr Spaß oder was meinst du? ja, das läuft auf jeden Fall und das macht richtig Laune 20 Assists aber hey, ich habe 4 Kills nur einmal gestorben und wir rasieren ja, also ich habe ich habe 13 Assists, ich mache dir Konkurrenz mal ach quatsch, du bist weit unter mir ja, okay, sorry ich werde nie wieder was dagegen sagen komm ein paar Jahre noch mal vorbei, da können wir schnacken machen wir Achtung, wenn du euch ist bang mauch Achtung, kommt der guck dir an, der kann gar nichts was ich wollte es ja nur gesagt haben nicht, dass du die, äh, erger von mir zu schauen kommst stein alter ich finde das wir sind, äh, wir sind schon wieder eine hier ey ich finde das der Charakter den du spielst dieses stein als Sound-Effekt auf jeden Fall stein boom in der Luft ja, einer oh, es ist Nummer 21 hehehe ich feiere das so hart ist, so viel ist es so, tötet den Turm am besten würde ich dafür auch noch ein Assists kriegen ja, komm noch, der kleine Memo, he ja, er hüpft darum, aber ich komme da nicht hin, weil wir uns die ganze Zeit alle blockieren ja ja, wir sind hier zu gierig, man boom ich würde jetzt nicht reingehen, aber stein boom bei war der ist mal ein Stein ins Gesicht gekriegt werfen stein ich kann auch nicht jetzt stein boom komm ach, wir können rein sag doch bescheid jetzt klaut ihr mir den Kill komm raus da komm raus, lauf alles cool, man treff mich, hier, nimm mich ich bin nicht wieder die haben aufgegeben ja ach komm die Runde, die war so geil ich wollte noch mehr Assists sammeln das hat echt fun gemacht, muss ich sagen die Runde war richtig nice das war echt geil ich muss gleich mal die Stats angucken so, also was haben wir denn hier 13 zu 0, 14 Assists oh, da hat mir einer Konkurrenz gemacht, er hat 28 Assists alter, der hat 28 Assists und er hat 20 wow wir sind halt die ganze Zeit 1 zu 5 gelaufen ja guck dir die Gegner an, da hatte keiner wirklich einen guten Durchschnitt kein Kill, kein Kill einer als Greystone ok Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video wenn ihr der Paragon Community beitreten wollt würde ich mich natürlich riesig freuen da könnt ihr auch mal in den Videos mit dabei sein und ja dann sagen wir mal an dieser Stelle tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal tschüss 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 ich bin so verplant, ich hab die ich bin so verplant, ich hab die aufnahmen aus und nicht gestoppt und nicht gestoppt